Hallo zusammen, mein Name ist Lukas Bartsch. Ich betreue für euch das Gebiet Nord- und Ostdeutschland. Für alles, was unsere Produkte angeht, Maschinen, Zusatzteile etc. Natürlich könnt ihr mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr Fragen habt zu unseren Produkten oder zur Anwendung. Wenn wir gemeinsam Veranstaltungen vor Ort organisieren möchten oder für Schulungen anrufen unter der Nummer, die unten eingeblendet wird. Ich freue mich auf euch.